Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den LG NANO 86 Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, überprüfen Sie Sterbenlinks in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt und teilen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich mit. Ich empfehle auch unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Tag zu bleiben. Los geht's! Bildschirm. 8 Millionen Pixel. Atemberaubende, reine Farben beim NanoCell TV in echtem 4K. Ein Fernseher mit echtem 4K liefert mit ca. 8 Millionen Bildpunkte ein deutlich schärferes und detailreicheres Bild als Ihr Standard HD Fernseher. Beim NanoCell TV wird die echte 4K Auflösung durch die NanoCell Technologie ersetzt, die ein 4K Erlebnis jenseits der internationalen Standards ermöglicht. Jede einzelne Farbe glasklar dargestellt. LG NanoCell verwendet Nanopartikel unserer eigenen einzigartigen NanoCell Technologie, um Farben zu filtern und zu verfeinern, sowie Unreinheiten aus den RGB Wellenlängen zu. Dies bedeutet, dass nur reinste, präzise Farben auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das Ergebnis ist ein lebendigeres, realistischeres Bild, das Ihren Inhalten Leben einhaucht. Filme auf einem NanoCell TV. LG NanoCell TVs bringen mit reinsten Farben und einer Fülle innovativer Display-Technologien das Kino zu Ihnen nach Hause. Unser verbessertes HDR, die optimierten Technologien von Dolby und ein aus dem Filmstudio übernommener Filmmaker Mode sorgen für ein wahrhaft kinoreifes Erlebnis. Dolby Vision IQ Dolby Vision IQ passt die Bildeinstellung basierend auf dem Genre des Inhalts und ihrer Umgebung in der Siefernsehen intelligent an. HDR10 Pro. Die LG eignet HDR-Technologie. HDR10 Pro passt die Helligkeit an, um Farben zu optimieren, jedes noch so kleine Detail darzustellen und jedem Bild eine lebensechte Klarheit zu bieten. Darüber hinaus intensiviert sie auch gewöhnliche HDR-Inhalte. Jetzt werden all ihre Lieblingsfilme und Sendungen von Anfang bis Ende mit noch lebendigeren und strahlenderen Farben wiedergegeben. Gaming auf einem NanoCell TV. LG NanoCell TVs erhellen die dunkelsten Höhlen und die hellsten neuen Welten mit lebhaften Farben. Die Cloud Gaming-Technologie und automatische Korrekturen für noch hochwertigere Bilder sorgen für ein wahrhaft mitreißendes Gaming-Erlebnis. Game Optimizer. Erleben Sie all Ihre Spiele auf einem höheren Niveau. Der Game Optimizer passt die Bildeinstellung automatisch an und optimiert Grafik und Sichtbarkeit für ein besseres Gaming-Erlebnis, ganz egal, welche Art von Spiel Sie gerade spielen. Xbox Partnerschaft. Völlige Freiheit beim Zocken. Dank der Partnerschaft von LG mit Xbox sind Sie für Spiele der nächsten Generation bestens gerüstet. Holen Sie dank atemberaubender Bildqualität und ultraschneller Reaktionszeiten das Beste aus Ihrer Xbox heraus. ALLM. Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihren Gegnern. ALLM sorgt für eine flüssige, synchronisierte Grafikausgabe. AMD FreeSync Premium. Spielen Sie auf einem höheren Niveau. Der LG NanoCell TV unterstützt AMD FreeSync Premium für variable Bildwiederholraten während des Spielens. Auf diese Weise werden Ruckeln und Unterbrechungen deutlich reduziert und das Spiel wird klarer und flüssiger. VRR, ALLM, EARC. Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihren Gegenspielern. VRR, ALLM und EARC erfüllen die neuesten HDMI 2.1 Spezifikationen und eignen sich perfekt für Inhalte mit schnellen Bewegungen und hoher Auflösung und sorgen so für eine flüssige, synchronisierte Grafikausgabe. Alpha 7 AI Prozessor der 4. Generation mit 4K Das Herzstück eines jeden LG NanoCell TV ist der Alpha 7 AI Prozessor der 4. Generation mit 4K. Ein bahnbrechender Chip, der maschinelles Lernen verwendet, um Inhalte zu analysieren und zu optimieren. Jede Anpassung von Bild und Ton erfolgt automatisch, sodass alles was Sie sehen, spektakulär ist. AI Bildqualität. Der Deep Learning Algorithmus erkennt auf Basis einer riesigen Datenbank mit über einer Million visueller Datenpunkte Inhalte, ein Fernrauschen und optimiert die Bildqualität. Design. Ein Fernseher mit mehr als einer kreativen Seite. LG NanoCell TVs wurden für ihr Ambiente zu Hause entwickelt. Die Fernseher hängen mit ihren schlanken, minimalistischen Designs wie Kunstwerke an der Wand und verleihen ihrem Wohnraum einen Hauch von Schönheit und Eleganz. Konnektivität. Das Fernsehgerät verfügt über optischen Audioausgang. So können Sie den Ton von Ihrem Fernseher an Ihr Heimkinosystem übertragen, indem Sie die beiden Geräte einfach über ein optisches Kabel miteinander verbinden. Das Modell unterstützt 5 GHz Hochgeschwindigkeits-WiFi und Bluetooth 5.0. Audio. Dolby Atmos. Dolby Atmos, einen mehrdimensionalen Surround Sound kreiert, eine leistungsstarke Kombination, die Ihnen ein atemberaubendes Kinoerlebnis direkt in Ihr Wohnzimmer bringt. Sport auf einem NanoCell TV. LG NanoCell TVs liefern ein spannendes Spieltagerlebnis. Mit Bluetooth Surround Ready holen Sie sich die volle Stadionatmosphäre ins Haus. Bluetooth Surround Ready. Schließen Sie ganz einfach bis zu zwei identische Bluetooth-Lautsprecher an, um in den Genuss eines kabellosen Surround Sound Erlebnisses zu kommen. Die ganze Action klingt noch satter und realistischer und bringt damit eine ganz besondere Atmosphäre direkt in Ihr Wohnzimmer. AI Sound. Auf Basis von mehr als 17 Millionen Sounddatenpunkten identifiziert der Prozessor Stimmen, Effekte und Frequenzen, um den Sound entsprechend dem Genre zu optimieren und einen immersiven Hörgenuss zu bieten. Smart TV. Unterhaltung. Zugriff auf Netflix, Disney Plus, Apple TV App und Amazon Prime Video. Die neuesten Filme, Serien, Dokumentation und Live-Sport auf einen Blick. Treffen Sie Ihre Wahl. AI Think You. Erleben Sie LG Think You, das Ihr TV-Erlebnis maximiert. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sprachassistenten und steuern Sie Ihren Fernseher per Sprachbefehl. Der neuartige Startbildschirm bietet darüber hinaus mehr Komfort und Kontrolle. New Home. Der neu gestaltete Homescreen zeigt Ihnen personalisierte Inhaltsvorschläge an, ermöglicht Ihnen einen einfacheren Zugriff auf Ihre persönlichen Favoriten und lässt Sie angeschlossene Geräte steuern. Alles von einem zentralen Ort aus. Die neue Magic Remote. Die Magic Remote Fernbedienung beherrscht zahlreiche Zaubertricks. Dank des ergonomischen Designs liegt sie gut in der Hand und Ihr Point & Scroll System ermöglicht eine schnellere Suche. Die integrierte künstliche Intelligenz Think You. AI ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Dienste, während Schnelltasten Sie blitzschnell zu Ihren wichtigsten Favoriten bringen. Sprachbefehl. LG Think You ermöglicht die einfache Steuerung und Kontrolle Ihres Home IoT Ökosystems mittels natürlicher Spracherkennung. Google Assistant und Alexa sind bereits vorinstalliert, sodass Sie Ihren LG OLED TV über Sprachbefehle steuern und schneller auf die gewünschten Medien zugreifen können. Kundenrezensionen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern eingesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Es fehlt die schriftliche Bedienungsanleitung. Starkes Backlight Bleeding. Einstellungen wie Reihenfolge der Sender sehr umständlich. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Leichte Einrichtung. Kabel HD TV sieht einfach super aus. Die Hochskalierung auf 4K klappt sehr gut. Der Sound der TV Boxen ist für ein TV sehr gut und bassig. Die Fernbedienung ist sehr innovativ. Dolby Vision macht das Bild detailliert, realistisch und mit reinen und hellen Farben. Die Unterstützung ist sehr widerstandsfähig. Das Smart Web OS Menü ist sehr intuitiv. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen dieses Produkts finden werden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden, gefällt es Ihnen und abonnieren Sie unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns Karl wieder. Wir sehen uns.